Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig will einen Corona-Zukunftsrat einsetzen, um Konsequenzen aus der Pandemie zu ziehen. Dies verkündete die SPD-Vorsitzende in der Aktuellen Stunde des Landtages am Mittwoch. Die Experten des Rates sollen eine beratende Rolle für die Landesregierung spielen. Des Weiteren pocht Schwesig auf mehr Unabhängigkeit zu anderen Ländern in der Corona-Krise, um weitere Engpässe in der Produktion zu vermeiden.